Lausanne, heute 930 Nationalspiele insgesamt gemacht und heute das Letzte. Was für Emotionen gehen Ihnen durch den Kopf? Ja, ich bin noch konzentriert an dieses Spiel zu gewinnen. Wir wollen diese Saison mit einer guten Noten am Schluss machen. Heute Abend vielleicht ist Full House in Lausanne. Unsere Fonds war die ganze Saison da für uns und wir wollen etwas Gutes für euch machen. Wir wollen unsere Beste machen, dieses Spiel zu gewinnen. Für mich ist es sicher ein spezielles Spiel, mein letztes Profispiel. Ich will nur, ein gutes Spiel zu machen und helfen, die Mannschaft zu gewinnen. Tut das Herz weh oder ist es mehr Erleichterung, danach aufzuhören? Nein, es geht noch. Ich bin noch konzentriert an dieses Spiel. Und ich glaube, die Emotionen kommen vielleicht in den nächsten Tagen. Aber wie schon jetzt, ich bin auf Fokus. Ich will heute Abend etwas Gutes machen. Ich habe die ganze Familie da, viele Freunde. Ich will etwas Gutes machen und mit einer guten Not auf meine Karriere zu Ende. Meister mit den ZSC Lions, ist das das Highlight? Oder was würden Sie sagen, ist das Highlight Ihrer Karriere? Ja, das war sicher ein Highlight. Ich bin sehr glücklich. Ich habe auch mit Amri Supercup gewonnen, Continental Cup. Und auch mit Genfi habe ich gute Jahre gemacht. Und ja, ich bin sehr glücklich. Es gibt viele Leute, die haben in mich Vertrauen gemacht. Und ja, 20 Jahre Karriere, ich habe viele Sachen gemacht. Auch in der WM, in der Nationalmannschaft. Ja, ich kann nur sagen, ich habe viel Arbeit, aber ich war auch sehr glücklich. Bleibt John Gobi dem Eishockey erhalten? In Amri oder hier in Lausanne? Oder was machen Sie danach? Ja, ich habe schon einen Plan. Im Moment kann ich noch nicht etwas sagen. Aber wie gesagt, ich will heute gewinnen, heute konzentrieren. Und nächste Woche sagen wir etwas. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.